Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wandelvideo auf meinem Kanal. Wie ihr gerade gesehen habt, ich laufe vom Windrad hin. Das ist der Zigeuner Buchenweg. Der ist 4,5 Kilometer lang und ich würde einfach mal sagen, let's go und viel Spaß beim Video. Der Zigeuner Buchenweg ist 4,5 Kilometer lang. Wir finden uns gerade am Rennsteig. Hier steht noch ein schönes Schild. Hier auf dem Rennsteig Kaumann in Luther vorbei, als er am 5. Oktober 1530 mit kurfürstlichem Geleit von Kobornach über Judenbach nach Leesten reiste und dort in der Kirche predigte. So, hier noch ein paar Infos. Die Strecke ist 4,5 Kilometer lang. Die Markierung ist R34. Die Schwierigkeit ist leicht. Höhenmeter-Differenz sind es knapp 120 Meter. Also ganz easy eigentlich. Es ist das beste Wetter. Es ist früh um halb neun. Die Sonne scheint. Kaiserwetter. Die Vögel zwitschern. Es gibt nichts besseres. Also echt traumhaft. Die Vögel zwitschern. Es gibt nichts. Also ganz klein. Die Vögel zwitschern. Die Vögel zwitschern. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Also ganz klein. Ja, es gibt nichts. Aber ich werde mitgebracht. Das heißt, hier flügel zwitschern sehr einfach so. Die Vögel zwitschern. Das heißt, hier ist schön. Ich bin liebe euch. So, wenn man am Schwimmbad vorbei ist, gibt es den einzigen Anstieg hier. 120 Höhenmeter gibt es zu überwinden, aber sagen wir so, es gibt Schlimmeres. Untertitelung des ZDF, 2020 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 da ist noch ein stück da da wie so denn Hier, andere Seite, hey. Ist gut, höchst du noch nichts mehr? Was denn? Noch langsam. So. Nur oben. Hier. Gut, in der. Gut, in der. Ja. So. So. so mit blick aufs windrad werde ich das video ich hoffe es hat euch gefallen schreibt mir schnelles in den kommentaren gibt mir ein like ganz wichtig kanal abonnieren und nicht loko aktivieren um nichts zu verpassen dann sage ich einfach mal ciao bis zum nächsten video